So 20 Jahre später alle ganz schön durchgehöhlt Ich komme Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht Ich habe interessante Neuigkeiten für dich Wo warst du, Tess? Westend-Bezirk Hey, wir hatten eine Lieferung Wir Wir hatten eine Lieferung Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg Als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber Keine große Sache Gib mir das Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig Weißt du wenigstens, wer es war? Das waren einfach nur zwei Arschlöcher Sie sind egal Was nicht egal ist Ist, dass Robert diese Penner geschickt hat Unser Robert Er weiß, dass wir ihn suchen Er versucht einfach, uns zuvor zu kommen Mist, Kerl Er ist schlau Nein Er ist nicht schlau genug Ich weiß, wo er sich versteckt Natürlich weißt du das Im Lagerhaus in Area 5 Doch wer weiß, wie lange noch Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern Kontrollpunkt 5 ist noch offen Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde Dann sollten wir uns beeilen Ein bisschen, wieviel denn noch? Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgelegt Also wir laufen jetzt mit der unbekannten Frau Deren Namen wir noch nicht wissen Die anscheinend aber sehr tough ist Zu einem sogenannten Robots Woher wir nicht wissen, wer das ist Und warum wir den töten wollen Oder verfolgen wollen Ich hab sie jetzt richtig mitbekommen Und ja Anscheinend weiß ich, wo er ist Also gehen wir uns mal hin Und machen was mit dem Anweisungen der städtischen Beamten Und dann ist Folge zu leisten Sieh mal da Es gibt noch keine Lebensmittel Es wird wohl wieder knapp Fuckin TaiPig Guck nach dem Licht Sie nehmen mich so ein bisschen an Homefront Das Gemetzel auf den Straßen Die Regierung Es gibt immer mehr Infizierte Kriegt wieder nix gebacken Die Inkompetenz der Lebensform überhaupt So Checkpoint ist auf 5 Ich hab uns Papiere besorgt Die sollten uns keinen Ärger machen Echt? Bleib einfach cool Ich bin ganz cool Ich bin ganz cool Ich bin ganz cool Ich bin sehr froh, dass ich meine Waffe habe So Erstmal zu dem bewaffneten Team Wenn sie bestimmt wieder umknallen will Ausweisung mit dir Gute schön Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei Für du, einen Freund In Ordnung Geht weiter Danke Hallo, dreh dich jetzt! What the fuck? Verdammt, ich kann nichts machen! What the fuck? Witz! Oh, rennen, okay. Achtung, Checkpoint 5 ist bis zum Weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen den Bereich so gut verlangen. Ah. Erstmal in Sicherheit geglaubt. Soviel zum einfachen Weg. Verartste dich, okay? Und verartste mich, nicht mich? What the fuck? Roben und dann R1. Gedrückt halten. Okay. Verstanden. Dude. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du's mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Okay, wir sind jetzt auf der Suche nach Robots. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Sprech mir nicht ins Wort, Bitch. So, wir suchen nach diesen Robots, der anscheinend auch von den Fireflies gesucht werden. Die Fireflies sind mir irgendwie sehr komisch. Wir sind dran. Alter, hör mal auf, wenn wir ins Wort reden. Hey, Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Du laufst halt weiter ohne mich. Jo, hilf mir mal damit. Hallo? Jetzt. Nö, ich will mich nur ermorden lassen. Ich lebe ja schon so ein bisschen Jahre. Nach dem Kack. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Ich werde nicht. Ach, ein Generator. So, unser Zeug. Sieht ganz schön neu aus. So. Jetzt erstmal lernen wir, weil wir die Stingeln nach vorne wegen und drücken sie X um zu springen. Okay. Verstanden. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Jawohl, Waffen, nicht Marktwaffen. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, heute musst du gut zielen. Sammler. Drücke zum Nachladen. Ernst, wenn du nicht zielst. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Soll ich dir helfen? Hallo? Ja, hallo? Mach mal was. Was soll ich jetzt machen, Alter? Ich kann nichts machen. Alter, gehst du mir auf den Sack? Hilfst du mir hoch? Ja, wo hoch? Ach so, da hoch oder was? Toll. Bereit? Ich stehe einfach nur behindert da. Jetzt habe ich kranken müssen. Na los. Erstmal stöhnen. So. So, nach oben. 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 Vorsichtig. Wenn ich das nicht immer sagen. Ist das eine Fangfrage? Ein Audio-Log. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Deine Mom. Wo ist die Leiter? Ich hab mir komisch. Sie muss hier ja irgendwo sein. Was? Was zur... Irgendwas mit Eingang. Null. Da war grad was. Hallo? Ich konnte gerade mit dir reden. Oder bin ich jetzt? Hab ich schon Paras. Ich spiel grad mal eine halbe Stunde. Hab schon Paras. Hey, probier's doch mal da drüben. Oh, eine Leiter. Was machen wir denn mit deiner Leiter? Gut, bringen Sie wir über. Ja, ich will das Tutorial angucken. Ach was? Ich weiß gar nicht, dass man eine Leiter benutzen kann. Aber ich bin cool, dass man sie hochziehen kann. So, ich schätze mal, dass ich dann da hoch muss. So. Die Stelle hier. Ah, okay. Ja, wird mir alles erklärt. Ladies first. Ladies. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Oh. Cool. Grasbillard. Nein, nicht Taschbillard. Grasbillard. Mit Rasen. Null, da stehst du. Jetzt hier runter. Ich will auch Waffen. Ja, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir ja schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte. Sporen. Ach, anscheinend sind die Sporen dann die Ursache für die... Aka-Zombie-Apokalypse. So. Ich weiß noch nicht, wie die sie nennen. Wo zur Hölle kommen die her? Sehr was hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Das drücke Ducken, um aktivieren die Aktien. Ach, okay. Ist mit dem Hohen. So. Rote. Und go. Ah, ich kann mit einem Toten sprechen. Da liegt ja der Grund. Oh. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsen. Fuck. Was wächst denn aus dem Bein und aus den Schultern? Siehen aus wie Mini-Penisse ohne Witz, Alter. Widerlich. Ich glaube, jetzt soll der sich mal waschen. Bei dem auch, Alter. Nehmi, siehst du so ein Gewebe an der Wand. Und siehst du aus wie ein Gehirn hinten dran. Wär, Alter. Wahrscheinlich, wenn sie tot sind, bilden die noch so komisches Gewebe. Ich soll mal wieder aufstehen. Und so. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Erstmal sneaken. Ich hab zu spät. Bitte. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Ich hab zu spät gedrückt, um zu zielen und er einzuschießen. Ach so, auf den Typ. Hm. Muss man das machen oder ich geh einfach weiter? Was soll ich denn erlösen? Ach, scheiß drauf. Wie lade ich noch mal nach? Ja, ich kann gar nicht nachlaufen, glaube ich. So. Jetzt beim Louschmodus. Ach, cool. Ich glaub, der hat uns gesehen, oder? Ne, der schreit nur bei mir. Schleiche dich von hin an heran und greife ihn damit X an. Bitch, ich kill dich jetzt so. What the fuck? Meinen Antoten? Oder, keine Ahnung, einen Infazierten? Ja, doch. Er hat ja trotzdem genau noch, oder? Ja, okay. Dann handelt es sich nicht von... Okay. Was war das dumm? Stirb, bitch. What the fuck? Du schlägst mich? Stirb jetzt. Ich kann das nicht ganz schön hacken. Ne, du... Blut, blut. Du knack mich. What the fuck? Stirb jetzt endlich. Okay. Okay. Das waren alle. Hoffentlich. Er ist mit Fett auf die Fresse gegangen. Gehen wir zurück in die Stadt. Ja, ich lauf hier einfach mal durch und dann gehen wir einfach zurück, oder was? Links oder rechts? Hm. Nee. Ich nehm mal... Ich bleib mal unten. So. Die Tür. Oh, die Tür öffnet sich. Munition, Munition, Munition. Ich mag... Jawoll. Munition. Oh, wie leitet nochmal nach? Wooh. Boah, hab ich den Move gesehen. Wie darfst du dich weich aus? So, okay. Was machst du, Alter? Ich will nur nachladen. Hallo? Lad mal nach. Gut, dass man vergessen hat, wie man nachlädt. Nein. Nein. Ich will nachladen. Ah, geht's. Ja, erstmal drucken. Wart halt mal nach. Warte, fuck, scheiß drauf. Dann schlage ich halt jeden Tod. Ich hab noch drei Schuss. Und sechs, die ich... Und drei, die ich nicht reißen kann. So, erstmal hier. Nee, warte. Davon war eine Treppe. Erstmal verlaufen, weil ich gucken wollte, wie es ging. Und erstmal gegen die Stille laufen. So ist es recht. So. Jetzt gehen wir mal die Treppe. Die Evil Treppe auf... Zombies. So. Irgendwie traue ich der Brücke nicht. So, haben wir hier irgendwas machen? Nee, mit dem Stift kann ich nichts machen. Nö. Nö, hier ist nichts. Erstmal Licht aus. Hier steht genug Licht. So, let's go. Das ist so ein typischer Moment, wenn man da runterspringt, springt auf einmal 5 zum bisschen entgegen. Aber das ist so recht am Anfang, ich denke ich, dass nichts. Okay. Dafür lohnt es sich nach draußen zu gehen. So. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem Liga-Raum-Spray? Hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das nicht weg. Ja, das stimmt. Nach dir. Würde ich es auch machen. Dann stirbt die Frau zuerst. Sicher den Eingang. Geht klar. Ach nee, das ist ein Eagle-Versteck. Erstmal Parcours hier halt. Freerunners. Ja, ich ahne es schon. Ich muss ja drüber springen, ich weiß es. Verdammt. Das Brett ist weg. Warte, ich muss ein Brett suchen. Hallo, Brett? Nee, das ist so kurz. Wärst du so nett mit dir? Einfach mal Kartons zusammenbinden, weil unnötig. Ich muss bestimmt runter, oder? Ach, ich muss ja, Brett, ich boche, Brett. Brett, 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 Brett. Brett, Brett, Brett. Ach, ich denke, das ist hier, oder? Ach nee, wie geht es weiter runter? Ach so, das liegt da unten. Nee, ich hätte einfach mal nach unten gucken. Das ist fast nicht, nee, ich stehe aber nicht gefühlt. Hier, reiches rüber. Das ist ganz schön schwer. Oh, das ist doch. Okay. So, jetzt erst mal weitergehen. Jetzt haben wir dieses Brett, jetzt gehen wir mal rüber. Alter, ich würde mir nur die Hose scheißen, wenn ich da rüber müsste. Hallo, geh mal runter. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten... Lass uns nachfahren, ich fliege. Alles klar, komm. Okay, ich gucke nicht viel zu sehr rum. Let's go. Okay. Anscheinend ist sie auch sehr leise geworden. Keine Fireflies. Die Aufständigen gegen die Regierung. Mach zu. Ketchup. Ich habe noch Ketchup. Oh, dem hat alles leergeräumt. Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Ja, wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie man nachlädt. Das war doch auf L2, ich schwöre, Alter. Ich habe nachgeladen. Ach so, stimmt, dafür eins. Erstmal ist es hier stehen, einen kleinen Junge. Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Tuck, tuck. Los geht's. Uh, voll sneaky, sneaky look.